Oh Gott, die sehen irgendwie nicht so nett aus. Oh mein Gott, er hat ein Rochen einfach immer noch mitgenommen. Oh mein Gott, er wollte angreifen. Ich helfe ihn, ich helfe ihn. Jo, wir haben ihn gleich. Nice! Der erste ist, oh mein Gott, die fressen ihn auf. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Path of Titans. Ja, wir sind auf eine neue Map drauf. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber wir erstellen uns jetzt ein Dino. Und ich glaube, das ein oder andere ist hier neu reingekommen. Ui, Megalania, let's go. Ach du Heilige, was ist das denn? Denn, es ist mir egal, was es da noch gibt. Ich habe mich entschieden. Ripskull. So nehmen wir uns. Und ich würde sagen, wir gehen mit dem rein. Wie klein. Oh Gott, das bedeutet ja, wir müssen groß werden. Zuallererst, ihr wisst ganz genau, was immer am Anfang kommt. Also, die Korle. Ah, auf Haar kann er sich hinlegen. Okay. Oh, und er legt sich richtig hin. So kann man es halt richtig sehen. Ach, wie schön. Einmal hier, Liebliche. Oha, wie gut, dass er sich einfach anhört. Gerade jetzt kommt auch die Musik, ne? Okay, nächster Ruf. Ja. Ach, dann riecht er nur, oder was? Okay. Next one. Zum Schütteln. Bestimmt, wenn wir aus dem Wasser kommen, wa? Oh, er wird größer. Oh, was ist das hier? Achso, das ist ganz normal hier. Ah, und das ist hier. Achtung. Okay. Und jetzt aggressiv. Das ist verdammt cool. Dann einmal lieb sein. Oh, harte, was für ein Raptor. Und dann einfach Broadcast. Okay, cool. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, wir gehen mal los. Also, wir haben nur eine Attacke. Leider. Und damit müssen wir uns irgendwie hier gegen die anderen halt wehren. Glaubt, wir müssen da rüber. Was ist denn das? Verbleibende Zeit. Liefere drei Clumps. To the Clump. Was auch immer das sein soll. Sammle Pilze. Okay. Okay. Und Muscheln. Schöne Map, ey. Muss ich wirklich sagen. Und coole Grafik. Okay, anscheinend müssen wir wirklich rüber. Das bedeutet, die Ausdauer muss hoch. Und dann gehen wir erst rüber. Was macht der denn da? Grüß dich, Kollege. Grüß dich. Ich muss da rüber, Junge. Und der scheint noch da zu sein. Ja. Hä? Danke. Aber ich hab keine Ahnung, wie man ist. Ich töt ihn. 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 Ich brauch Essen. Ich brauch Essen. Oha, let's go. Hab ihn. Alter, wie bewegt er sich denn? Oh Gott, ist die Steuerung weird hier. Hab ihn. Come on. Come on. Nice getroffen. Hä? Ihr habt ihn nicht getroffen. Treffer. Oh Gott, der trifft will. Ich blute. Warum blute ich aber eher nicht? Kann man hier irgendwie leveln oder so? Das ist ja richtig doof hier. Er hat einen viel besseren Wendekreis als ich. Ein viel, viel... Aber er blutet auch, glaube ich. Na, come on. Er ist gleich tot. Alter, ich hab hier alles rausgefressen. Komm, 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 komm. Nicht abhauen hier. Hier wird gekämpft, Junge. Bis zum Tod. Er wartet, bis ich wohl verblute, wa? Alter, hat er sich geheilt? Ich glaube, ich werde aber verbluten. Nice. Okay, okay. Einmal getroffen. Der Wendekreis vom Rex ist scheiße. Ja, er hat mich. Er hat mich auf jeden Fall. Sammeln ich wenigstens noch den Muschel ein hier. Mist. Der Wendekreis ist ja eklig. Wir nehmen ihn nochmal. Boah, ich werde ihn jetzt größer und größer und größer und werde ihn töten. Ich werde ihn aufsuchen. Aber guck mal, hier, der Wendekreis ist hier so zum Beispiel gut. Aber als Größerer ist es ja... Iiih, was ist das denn? Äh, Kadaver. Mal sehen, ich rufe mal. Oha! Alter, wie geil hat sich denn das angehört? Oh, wer ist denn das da drüben? Oha! Ey, der sieht so geil aus, ey. Erinnert mich an Second Extinction oder wie er spielt? Peace. Guck mal, was die da machen. Ich glaube, da wird gejagt. Oha, ich glaube, die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen. Was passiert da? Die Elk ist gegen die Rexe. Oha, wie die Elk ist angreifend. Der stellt sich wirklich rückwärts zu ihnen hin und greift ihn mit dem Schwanz an. Oh, der Terry hilft wohl. Ich glaube, ich helfe da mal. Oh Gott, ich helfe da doch nicht. Wenn der Rex in der Größe es nicht schafft, schaffe ich es auch nicht. Aber ich muss da dran vorbei. Ich laufe nur weiter. Ich laufe nur dran vorbei. 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 Ach du Scheiße. Was ist das? Okay, heftig. Okay, ey. Der Server ist cool hier. Cool, Mann. Was? Der Dilo hat mich angegriffen oder was? Bastard. Junge, ich glaube, es hackt hier Ich vertraue... Oha, wie schön Ich vertraue niemandem hier Wer greift mich? Die Dilos sind Feinde Diese Drecks-Dilos hier Da sind sie, da sind sie Easy Jetzt will Megalania mich auch noch töten, oder was? Jetzt wollen sie mich alle hier töten Ich glaube, das schaffe ich nicht Das sind zu viele Oh mein Gott Der Dinosuchos, will mir helfen, oder was? Megalania, das war dein Todesurteil hier Na okay, hat sie... Gut, 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 gut Komm, Dilo, komm, komm, komm Dilo hängt fest Mist, ich hätte ihn packen können Come on, come on Nice Alter, ich werde richtig attackiert hier So, so könnt ihr nur von vorne kommen, oder? Komm, komm, komm Ja Deinosuchos, danke schön Ah, denn deine Suchos kommt Hilfe Ich wurde zu oft angegriffen hier Nice Ai, 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 ai Holy shit Ich blute Gift Ich blute allgemein Junge, 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 Junge Ich bin doch ein Neuling Oh, oh Bitte komm nicht näher, ja? Wir ruhen uns mal Wer, wer? Nein! Kusch dich! Alter, was? Ich hab nichts getan, Mann So, diesmal aber Ich werde groß Ich werde groß mit diesen Racks Ich weiß zwar nicht, was da alle gegen mich haben Aber irgendwie ist da was Eigentlich muss ich sagen Path of Titans hier Der Server jetzt Also die meisten Server, die ich halt kannte Da war halt wirklich alles tot Aber das ist gerade cool hier Ah, okay Das ist die Karte Ich will aber dahin, wo ich vorhin war Ah, man muss sagen Ich, also Ich bin verliebt in den, ja I love it Alter Oh, ja Crazy Oh, wer ist denn der Kla- Megalania Kusch dich, Kollege Mein Strand hier Beziehungsweise mein Essen Habe ich ihn? Yes So, mitnehmen hier Nice Okay, wir haben was zu essen Lecker Okay, und das kann ich schlucken Cool Oh, hallo Hallo Oh, scheiße What the hell? Okay, das hast du davon Alter, was hat der da gerade gemacht? Der wollte nicht spielen oder so Ich glaube, ich werde sterben Aber er auch, oder? Ich glaube, ich kann ihn gar nicht anhaben Oder hat er keine Dings, dass er Dass ich sehe, wie er blutet oder so Na super, schöne Scheiße Alter, what? Ich sehe, ich sehe nicht, ob er blutet oder irgendwas Mist Alter, der war viel größer als ich Gar keine Chance Wir nehmen mal ganz kurz noch einen anderen irgendwie Ja, ja, oh, ha Ui, 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 ui So, dann testen wir den nochmal Oha, das sieht hier voll schön aus Oha Okay, das ist verdammt cool Aber hat der jetzt auch eine andere Fähigkeit oder? Na egal Ach, das hat der eine Fisch gemacht, so Dieses Fragezeichen Kann man jetzt wirklich hier raus? Wäre ja schon mal interessant Und Ja, aber sehr langsam Ui, 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 ui Ach, der macht so wie eine Robbe Robben machen das doch immer so Spino Hallo Hi Spino Was geht ab? Oha, der kam mit dem Schwanz zu schlagen Komm her, Junge Komm Komm, Junge Zack, Junge Ha Was los? Boah, ich könnte ihn easy fertig machen Aber leider an Land bin ich halt, äh, äh, ihn ausgeliefert Das Terrezino, töte ihn Autsch Oh, wie feige sie sind Wie feige Alter, hat er mir einer Small gegeben? Irgendwann ein paar Mal getroffen hier Was los? Ah, ich hab Nasenbluten Das kommt doch Wenn ihr beide spielen wollt Oh mein Gott Yes, let's go Ich bin leider zu langsam Nice, Alter Woher kam die Schlange? Ein Albino Spino habe ich fast vernichtet hier Kollege, ich würde hier so Ja, nice Hab ich die meiste Arbeit gemacht So, dann gönne ich mir jetzt ein Stück vom Spino Sollte schon passen Oh mein Gott, bin ich langsam Aber Wir können was von Kadaver essen Cool Haha, Spino Gut, dass er in der letzten Sekunde gekommen ist Aber ich hätte gerne Spino getötet Wir gehen mal kurz gucken, was der Terrezino da macht Yo, nice Und da ist der zweite Und schafft er ihn noch? Ne, Terrezino kann abhauen Schade Ach Hi Der hat ein Rochen No way Ich hab neue Freunde gefunden Cool Und wie, die auch noch mit mir schwimmen jetzt Wie cool ist das denn? Okay, Wasser Ist es gar nicht so langweilig Oh, da drüben sind ja noch mehr Oh, der kann ja cool schwimmen Oh Gott Die sehen irgendwie nicht so nett aus Aber ist alles gut Alles gut Oh mein Gott Er hat ein Rochen einfach immer noch mitgenommen Oh mein Gott Er wollte angreifen Ich helfe ihm Ich helfe ihm Ich rette dich, Kollege Ich rette dich Ich töte ihn Ich kann dir zwar nicht so viel helfen hier Aber ich versuche mein Bestes zu geben Ich helfe dir, mein Freund Oh Gott Kumpel nicht sterben Wir müssen wenigstens einen mitnehmen Ich muss ihn wenigstens retten Ey, auch wenn ich selbst dabei draufgehe Ist nicht schlimm Gar nicht schlimm Jo, wir haben ihn gleich Nice Der erste ist Oh mein Gott Die fressen ihn auf Come on, come on Ich hab ihn gleich Nein Ey Die haben uns zuerst angegriffen Was macht ein Hund hier drin? Ich glaub, mein Homie ist tot, oder? Oh Gott Komm her, Junge Nice Alle sterben sie Oh Gott Ey Wir sind voll zusammen geschwommen Buscht euch Oh Gott, oh Gott Er ist auch tot Pech gehabt Alter, ihr dürft doch nicht alle zusammenhalten Ich hab aber zwei Stück getötet, Junge Ich bin sehr stolz darauf Sehr stolz darauf Einen dritten nehm ich auch noch mit Alter, ich kann voll gut steuern mit dem Ich bin stolz Okay, geil Ich hab die voll fertig gemacht, ne? Scheiße Okay Ey Aber das werde ich noch öfters auch noch spielen Äh, irgendwie hab ich jetzt auch Ich glaub, Beast of Bermuda hat mein neues Dings erweckt Aber The Eye werde ich erstmal nicht spielen Aber Path of Titans, Beast of Bermuda Geile Spiele Also Falls ihr mehr sehen wollt Lasst mich wissen Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Lasst mir auf jeden Fall ein Kommi Like oder ein Abo da Also Bis zum nächsten Mal